Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Missbrauchsverdacht. Die 13-jährige Lara wird von ihrem Lehrer gemobbt. Anwältin Katrin Rudloff beschützt die Schülerin. Wenn du mehr Sport machen würdest, wirst du ja nicht aus wie ein Walross. Das, was Sie hier machen, hat mit Sportunterricht nicht im Geringsten zu tun, Herr Kondler. Sie haben sich gefälligst, bei Lara zu entschuldigen. Ach, hat Dicke gepetzt? Herrn Kondler jetzt hier irgendwie als das gefühllose Monster hinzustellen, ist auch total übertrieben. Es kann ja schon sein, dass es alles gar nicht so schlimm ist. Lara, dir ist doch schon klar, dass wir dir nur helfen können, wenn du die Wahrheit sagst und erzählst, was wirklich passiert ist. Das klingt ja jetzt schon so, als wäre ich schuldig. Herr Kondler, das sind Sie auch. Und das werde ich auch beweisen und Sie vor Gericht bringen. Vor acht Monaten haben sich Mareike und Jörn Fiedler aus Berlin scheiden lassen. Ihre gemeinsame Tochter Lara leidet unter der Situation. Früher war die 13-Jährige ein lebenslustiges Mädchen. Doch seit der Trennung hat sie fast 20 Kilo zugenommen. Das wirkt sich auch auf ihren Schulalltag aus. Denn Sportlehrer Dirk Kondler schikaniert sie unaufhörlich. Komm Lara, lasch streng nicht an. Komm, komm, los, 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 Mann. Oh Gott. Ist die bescheuert. Ihr könnt schon mal nach Hause gehen. Ihr könnt euch duschen. Das war's für euch. Und du bleibst hier. Wieso das denn? Weil ich dir das sage. Weil wir noch ein bisschen zusammenarbeiten. Hast du mich verstanden? Lassen Sie doch mal die Lara in Ruhe. Das ist schon okay. Die muss mal ein bisschen was machen. Rollmipse müssen rollen. Sonst hat das gar keinen Sinn. Du kannst schon mal gehen. Ciao. Hopp. Komm. Los. Du frisst ja lieber an, statt dich anzustrengen und durchzubeißen. Du machst mir mindestens zehn Liegestütze. Jetzt und hier. Los. Ich kann doch auch nichts dafür. Oh mein Gott. Jetzt kommt die Nummer wieder. Würdest du nicht so viel fressen, dann hättest du auch eine bessere Figur und ein bisschen mehr Selbstwertgefühl. Los, runter. Wenn du mehr Sport machen würdest, wirst du auch nicht aussehen wie ein Walross. Nimm dir mal ein Beispiel an der Emma. Los. Na, willst du noch mal was? Sehe ich heute noch mal was? Oh Gott, ich kriege das Kotzen. Der Kondler hat mich echt auf den Kicker. Der macht mich nur fertig. Ich fack das, glaube ich, echt nicht mehr. Seit drei Wochen vergeht kaum ein Tag, an dem Lara nicht von ihrem Lehrer Dirk Kondler gedemütigt wird. Als die Siebtklässlerin von der Schule nach Hause kommt, möchte sie sich einfach nur verkriechen. Ihre Mutter Mareike merkt sofort, dass etwas nicht stimmt und tagt nach. Nach kurzem Zögern sprudelt es regelrecht aus Lara heraus. Ja, und das Schlimmste ist, ich hab den nicht nur in Sport, ich hab den auch in Mathe. Und morgen hab ich gleich beides. Kann ich nicht einfach zu Hause bleiben? Nee, Mäuschen, du musst in die Schule gehen. Mama, ich pack das nicht. Der war so gemein zu mir. Alle lachen mich aus. Einfach alle. Na gut, kannst morgen zu Hause bleiben. Ich melde dich krank. Aber es bleibt eine Ausnahme. Danke schön. Das sind bestimmt Papa und Sonja. Ich hab echt keine Lust, heute noch jemanden zu sehen. Okay, ich sag Bescheid. Danke schön. Hey Jörn, Sonja. Komm mal kurz rein. Bitte. Ich hab leider schlechte Nachrichten für euch. Dem Mäuschen geht's nicht so gut, sie wird gern zu Hause bleiben. Hä? Wieso das denn? Heute Morgen hat sie doch noch gesagt, dass sie aufs Kino freut. Ja, komm, dann gehen wir halt alleine. Folgendes. Sie war heute in der Schule und wurde wohl irgendwie von dem Sportlehrer vor der ganzen Klasse wegen ihrem Gewicht gemopzt. War ein bisschen traurig darüber, deswegen hab ich ihr versprochen, dass sie morgen zu Hause bleiben darf. Ey, das ist doch wieder typisch für dich. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Ich mein, jeder hat doch mal Probleme mit dem Lehrer. Deshalb bleibt man doch nicht zu Hause. Wenn das jeder machen würde, dann kann die Schule direkt dicht machen. Ganz im Ernst, ich will, dass Lara morgen in die Schule geht. Na hör mal, der hat sich vor der ganzen Klasse über ihr Gewicht lustig gemacht. Findest du das in Ordnung? Ja, natürlich nicht, Mann. Aber warum sollen die jetzt deshalb zu Hause bleiben? Ey, du darfst eh zu viel durchgehen. Und jetzt guck mal an, ihr Gewicht. Die ist ja seitdem, die bei dir wohnt, komplett aus dem Leim gegangen. Ey, das geht gar nicht. Du musst ihr mal Grenzen aufzeigen und nicht mal so weich mit der sein. Sag mal, spinnst du? Ich mein, Lara braucht uns. Und du machst mich jetzt hier runter? Ja, weil du weich bist. Die braucht klare Ansagen. Und das war ja eh noch nie deine Stärke. Was soll das jetzt wieder heißen? Weißt du was? Ich glaube, das ist besser, wenn ich sie zu mir hole. Echt? Dann geht sie mich besser. Bist du sicher, dass das so eine gute Idee ist? Ja, bin ich. Weißt du was? Ich hol mir das Aufenthaltsbestimmungsrecht und dann wird sie wieder besser gehen. Auf gar keinen Fall. Du hast dich von uns getrennt. Du hast die Familie verlassen. Dann holst du jetzt nicht auch noch Lara hier weg. Raus jetzt reicht's. Raus. Raus. Seitdem er mit dieser Frau zusammen ist, ist er unerträglich geworden. Macht er ständig einen auf Obermacker, aber dann nimmt mein Kind auf jeden Fall nicht weg. Das schwöre ich. Mareike hat Angst, dass Jörn seine Drohung wahrmacht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Lara beantragt. Um ihm etwas entgegenzusetzen, vereinbart die 37-Jährige gleich für den nächsten Tag einen Termin mit Anwältin Katrin Ruttloff, die sie auch bei der Scheidung vertreten hat. Also, ihr Ex-Mann gibt Ihnen die Schuld dafür, dass Ihre Tochter übergewichtig ist? Richtig. Er meint auch, ich werde ihr alles durchgehen lassen, alles erlauben und so weiter und so fort. Seit wann ist denn Ihre Tochter übergewichtig? Also, eigentlich erst seit ein paar Monaten. Sie war vorher immer recht schlank. Ich achte zu Hause auch immer darauf, dass sie sich wirklich gesund ernährt. Es gibt jeden Tag Obst, Gemüse. Fettiges, Süßes gibt es bei uns quasi gar nicht. Kann mir daher auch nicht erklären, woher das kommt. So etwas kann auch mal organische Ursachen haben. Haben Sie das ärztlich mal untersuchen lassen? Da habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber dann werde ich mit ihr mal zum Arzt gehen und schauen, ob das irgendwelche speziellen Ursachen hat. Für den Fall, dass rauskommt, dass es nicht an der Ernährung liegt. Hätte Jörn da immer noch Chancen, dass Lara zu Ihnen kommt? Also es ist ja so, dass das Gericht Ihnen das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen hat. Und um das zu ändern, müsste Herr Exmann quasi glaubhaft darlegen, dass Sie plakativ gesprochen eine schlechte Mutter sind. Sollte er derartige Behauptungen aufstellen, werden wir beweisen, dass es nicht an dem ist und dass Sie eine gute Mutter sind. Und dafür ist auch die ärztliche Untersuchung wichtig. Und dann liegt es immer noch im Ermessen des Gerichts, ob Sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht ändern. Auch wenn eine Scheidung für die Kinder immer sehr belastend ist, ist es für mich auf den ersten Blick doch sehr verwunderlich, dass Lara nur aus Koma über die Scheidung der Eltern so stark an Gewicht zunimmt. Und vielleicht steckt doch was ganz anderes dahinter. Also es klingt ja schon mal ganz gut, aber mit diesem Lehrer, wie kann ich gegen den jetzt noch vorgehen? Also derartige Beleidigungen, so wie Sie sie geschildert haben, gehen überhaupt nicht. Also das wundert mich, dass das einem Lehrer nicht klar ist. Ich werde auf jeden Fall mit ihm reden und werde ihm seine Grenzen aufzeigen. Und sollte das nichts nutzen, wende ich mich an den Vorgesetzten, in dem Fall den Direktor. Also mit dem habe ich schon telefoniert und einen Termin für morgen ausgemacht. Ehrlich gesagt, hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass er mich da zu 100% ernst genommen hat, leider. Gut, aber wenn das so ist, dass Sie bereits einen Termin haben beim Direktor, dann werde ich auf jeden Fall mitkommen. Ich werde die Sache schildern und der Direktor hat dann die Möglichkeit, ihn entweder abzumahnen oder sogar zu suspendieren. Und sollte dann wieder erwarten, dieser Sportlehrer das immer noch nicht begriffen haben, dann hätten wir noch die Möglichkeit einer Dienstaufsichtsbeschwerde und einer Strafanzeige wegen Beleidigung. Mir wäre jetzt noch ganz wichtig, dass ich Lara mal persönlich kennenlerne, um mir ein Bild von ihr zu machen. Ja, sehr gern. Gut. Gleich nach dem Termin in der Kanzlei begleitet Katrin Rudloff ihre Mandantin nach Hause. Die Rechtsanwältin möchte unter vier Augen mit Mareikes Tochter sprechen, um herauszufinden, wie weit das Mobbing von Laras Lehrer wirklich geht. Weißt du, deine Mutter, die hat mich gebeten, was gegen den Herrn Kontler, deinen Sportlehrer, zu unternehmen. Der hat dich ganz schön bloßgestellt vor den anderen, oder? Ja, Sie wissen doch eh schon alles. Warum fragen Sie da noch? Ja, weißt du, ich würde das gern von dir hören, was genau passiert ist, weil nur so kann ich dir auch helfen. Und du solltest vielleicht noch wissen, dass ich natürlich als Anwältin eine Verschwiegenheitspflicht habe. Das heißt, alles, was du mir erzählst, hier unter uns, das bleibt auch unter uns, wenn du nicht möchtest, dass es irgendjemand erfährt. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Darf ich mich setzen? Ja. Danke. Weißt du, diese Beleidigung von deinem Lehrer, die musst du dir nicht gefallen lassen. Und das scheint dein Lehrer nicht verstanden zu haben, dass man sowas nicht macht. Deswegen werde ich ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Das wäre schon cool, weil der hackt halt auf mir rum, weil ich halt so zugenommen habe und im Sport jetzt viel schlechter bin. Der ist einfach, einfach ein Arsch. Was sagen denn deine Mitschüler dazu? Eigentlich alle lachen mich aus, bis auf Emma. Die hält immer zu mir. Und deine Mutter? Sprichst du mit ihr über deine Probleme? Früher schon, aber heute nicht mehr so oft. Hat das vielleicht was mit der Scheidung deiner Eltern zu tun? Kann sein. Mama hat es eben verbockt, weil sie hat einfach nicht gecheckt, was Papa will. Wie meinst du das denn jetzt genau? Egal. Okay, gut verstehe. Lassen wir es erstmal dabei. Ich werde mir deinen Sportlehrer vornehmen. Okay, danke schön. Na klar. Gut, Lara, na dann. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Seit dem vertraulichen Gespräch mit Lara ist Katrin Rudloff davon überzeugt, dass die Schülerin etwas bedrückt, was sie bis jetzt noch niemandem offenbart hat. Doch bevor die Anwältin der Sache nachgehen kann, will sie sich Laras Lehrer Dirk Kondler vorknöpfen. Schon einen Tag später ist es soweit. Komm, ey, Mensch, du hast mindestens 20 Kilo zu viel auf den Rippen. Na komm, komm, bis hierhin, da ist die Linie. Mädel, werd doch mal wach, Mensch. String dich doch mal an. Hey, was ist denn hier los? Was fällt Ihnen denn ein? Wie sprechen Sie denn mit den Mädchen? Hey, was wollen Sie denn hier? Lara, geht's noch. Hier, nimm mal was zu trinken, bitte, und zieh dich schon mal um, ja? Wer sind Sie denn überhaupt? Was wollen Sie denn von mir? Rudloff ist mein Name. Ich bin die Anwältin der Familie Fiedler. Ja, und dass Sie uns richtig verstehen, das hat hier ein Ende, dass Sie das Mädchen schikanieren. Sie haben sich gefälligst, bei Lara zu entschuldigen. Ach, hat Dicke gepetzt. Das ist ja schön. Das, was Sie hier machen, hat mit Sportunterricht nicht im Geringsten zu tun, Herr Kondler. Was machen Sie hier eigentlich mit Lara allein? Wo sind die anderen Kinder? Die anderen sind schon lang fertig, die haben ihr Pensum geschafft, die brauche ich nicht zu motivieren, aber Lara, die muss man motivieren. Wissen Sie warum? So, deswegen. Zwischen motivieren und schikanieren gibt es einen großen Unterschied, was Sie hier machen, das ist die pure Schikane. Sagen Sie, sind Sie irgendwie sadistisch verursacht? Was? Darum geht's doch überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass die Kids mal ein bisschen beim Sport lernen, zuzubeißen, sich durchzubeißen und nicht auf dem Arbeitsamt landen. Oder so einen Scheiß oder vom Computer hängen. Darum geht's. Verstehen Sie das? Und sonst gar nichts, Mann. Und wenn Ihnen das nicht passt, dann können Sie hier die Tür rausgehen. Herr Kondler, stopp, jetzt werden Sie nicht unsachlich. Ja, Sie haben sich zu entschuldigen und ich werde auch mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Der Direktor interessiert sich sicherlich dafür, wie Ihre Sportmethoden hier aussehen. Der ist einverstanden damit, ganz sicher. Das führt zum Erfolg, das, was ich mache. Mein Platz, meine Methoden. Hier bin ich der Chef und nicht Sie. Herr Kondler, ich fasse es einfach nicht, dass es solche Leute wie Sie gibt, die auf unsere Kinder losgelassen werden. Ich kann sie auch gerne anzeigen. Huiuiui. Auch klar, kaum klappen die Kleinen zusammen, kriegen nichts mehr auf die Reihe. Schon kommt die Anwältin an. Da ist ja Kohle für da. Also, Sie sind ein Sadist. Ich weiß es. Auf Wiedersehen. Was? Schönen Tag noch. Also, dieser Kondler ist wirklich das Allerletzte. Ein Lehrer, der es genießt, seine Schüler zu schikanieren und kein Gespür für seine Schutzbefohlenen hat. Aber das Problem werde ich im Gespräch mit dem Direktor aus der Welt schaffen. Der wird sich noch umsehen. Für Katrin Rotloff ist es unbegreiflich, wie sich ein Lehrer so anmaßend aufführen kann. Die Anwältin ist froh, dass noch am selben Tag das Gespräch mit Schuldirektor Gero Zimmermann stattfindet, um Dirk Kondler in seine Schranken zu beißen. Auch Laras Eltern sind gekommen. Mareike und Jan haben sich für den Termin extra freigenommen. Also, mir war natürlich nicht klar, dass die Situation für Lara so derart belastend ist. Ich mache mir natürlich auch Sorgen um sie. Ach was. Haben Sie endlich umgedacht, ja? Es wurde ja auch allerhöchste Zeit, weil ihr Verhalten ist für einen Pädagogen absolut untragbar. Ich meine ja auch nicht die Situation hier in der Schule, sondern eher die Situation zu Hause. Ich meine, es ist ja wohl ein offenes Geheimnis, dass es zu Hause nicht so ganz rund läuft. Also, das ist jetzt wohl meine Frechheit. Dass Sie das jetzt auf mich noch abwälzen. Sie sind derjenige, der meine Tochter hier fertig macht. Darum geht's. Das ist ja wohl eine haltlose Unterstellung. Die Probleme liegen eindeutig nicht in der Schule. Herr Kondler, also mit Verlaub, ich war dabei. Haben Sie es schon vergessen? Ich habe mitbekommen, wie Sie mit Lara umgegangen sind. Wie Sie sie beschimpft haben und beleidigt haben. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, irgendwie hier private Dinge anzusprechen. Aber da muss ich Herrn Kondler absolut recht geben. Die Probleme sind bei uns zu Hause begründet. Aber das wird sich eh jetzt demnächst ändern. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, und dass Ihre Tochter vom Sportlehrer gemobbt wird, das ist Ihnen egal oder was? Ja, natürlich nicht. Aber ich meine, jeder hat auch mal Probleme mit Lehrern gehabt. Auch ich. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Herrn Kondler jetzt hier irgendwie als das gefühllose Monster hinzustellen, ist auch total übertrieben. Ja, es wäre schön, wenn du mal zur Abwechslung auf der Seite unserer Tochter stehst, wenn ihr schon einen Übervater macht. Ja, vielleicht lässt du sie auch mal irgendwas sagen, anstatt irgendwie alles für sie zu regeln. Schatz, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt unter uns. Jetzt können wir hier ganz offen reden. Meinst du nicht, dass der Streit jetzt irgendwie auf dem Sportplatz ein bisschen übertrieben war? Hm? Ich meine, ich weiß, dass das jetzt in letzter Zeit für dich so hart war. Das weiß ich auch. Dafür habe ich auch volles Verständnis. Aber ich meine, Schuld hat doch nicht der Lehrer, oder? Was redest du dir da jetzt überhaupt ein? Ja, ich meine, es kann ja schon sein, dass es alles gar nicht so schlimm war. Hör mal, Lara, dir ist doch schon klar, dass wir dir nur helfen können, wenn du die Wahrheit sagst und erzählst, was wirklich passiert ist. Ich war doch dabei. Ich habe doch mitbekommen, wie er dich beschimpft hat. Ja, ich habe wahrscheinlich einfach vorher zu wenig getrunken oder so. Ich meine, ich finde es ja selber scheiße, dass ich mit den anderen Kindern nicht mithalten kann. Gut, also dann haben wir das ja jetzt geklärt. Lara, du gehst bitte wieder in deinen Unterricht und Herr Kondler, Sie fördern. Lara, zukünftig. Vielen Dank. Anwältin Katrin Rudloff kann sich nicht erklären, warum Lara die Vorwürfe gegen Dirk Kondler zurückgezogen hat. Für Jörn hingegen liegt die Antwort auf der Hand. Schuld hat Laras Mutter. Nein, Herr Fiedler, definitiv nicht. Ihr Problem ist ihr Sportlehrer. Und ich bin mir sicher, dass sie gerade bei der Besprechung eben nur von ihrer Version abgerückt ist, weil sie sie beeinflusst haben. Das hat sie ihnen zuliebe gemacht. Definitiv. Ach, so ein Schwachsinn, ey. Typisch Frauen aus der Mücke ein Elefant machen. Wisst ihr was? Ihr hört von meinem Anwalt. So, tschüss. Immer gern. Ja, hast du quasi schon einen Anwalt geholt? Und was mache ich jetzt? Bleiben Sie erst mal ruhig, Frau Fiedler. Wir warten jetzt erst mal die ärztliche Untersuchung ab, dann wissen wir mehr über Ihren Gesundheitszustand. Und ansonsten würde ich gerne mal mit den Mitschülern nochmal sprechen, um zu horchen, ob wir die ursprüngliche Version von Laras Geschichte bestätigt bekommen. Davon gehe ich aber aus, dass das stimmt. Zwei Tage später hat Lara einen Termin bei Dr. Stefan Maubach. Der Allgemeinmediziner soll herausfinden, ob Laras rasante Gewichtszunahme eine gesundheitliche Ursache hat. Jörn ist gespannt, was bei der Untersuchung seiner Tochter herauskommt. Schließlich wirft er Ex-Frau Mareike vor, Lara falsch zu ernähren. Ich dachte, das ist eine pubertäre Phase und es wächst sich wieder aus. Ah, Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Übergewicht sollte unbedingt behandelt werden. Okay, und woran liegt das jetzt bei Lara? Ja, bei Lara. Ich habe bei ihr das Fettverteilungsmuster bestimmt und bei ihr liegt es wirklich höchstwahrscheinlich an der Ernährung. Sie scheint große Mengen Süßigkeiten zu sich zu nehmen. Das kann überhaupt gar nicht sein. So etwas gibt es bei mir zu Hause überhaupt gar nicht. Ich achte auf gesunde Ernährung Tag für Tag. Ja, ja. Scham mir ja nicht, ey. Ja. Mäuschen, komm mal her. Kann das sein, dass du woanders dann irgendwie Süßigkeiten isst? Nein. Aber irgendwoher muss sie das Zeug doch haben. Naja, also mir kann es jetzt nicht in den schwarzen Peter zuschieben. Wie du aus der Vergangenheit wissen solltest, gibt es bei mir zu Hause nur Bio. Du kannst mir viel erzählen, ey. Ich hast doch gesehen, was der Doktor gesagt hat. Mein Gott, ey. Echt. Ich sage dir nur eins, wenn das mein Anwalt erfährt, der wird sich freuen. Ganz im Ernst. Also bevor das Ganze jetzt hier in Streit ausartet. Es geht hier nicht um Schuld oder Schuldzuweisung, sondern um Verantwortung. Sie sollten das Gewicht ihrer Tochter wirklich im Auge behalten, auf ihre Ernährung achten, vielleicht auch ein Ernährungsprotokoll führen. Vielleicht kochen sie auch mal zusammen. Ich habe hier für sie eine Broschüre, da stehen viele wissenswerte Sachen drin. Alles klar. Ich habe auch alle die genug gehört. Wir gehen jetzt. Vielen Dank, Herr Doktor. Also das ist mir irgendwie alles ein Rätsel. Ich sehe sie nie Süßigkeiten essen. Ganz selten, wenn überhaupt, zu Hause. Ich frage mich, wo sie das Zeug ansonsten her hat. Ich glaube, sie verheimnischt mir irgendwas. Den Vorwurf, ihre Tochter falsch zu ernähren, kann Mareike nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich kocht sie jeden Tag frisch und vor allem gesund. Dass Laras Übergewicht im bedenklichen Bereich liegt, bereitet der 37-Jährigen jedoch große Sorgen. Zurück zu Hause sucht sie das Gespräch mit dem Teenager. Wir haben doch gerade eben gehört, was der Arzt gesagt hat. Und es ist wichtig, dass du jetzt auch mal wieder ein bisschen abnimmst. Ich weiß halt auch nicht, wie das passieren konnte, aber wir kriegen das schon hin. Ja, keine Ahnung. Ist halt so. Ja, aber irgendwoher muss es doch kommen. Das kann doch nicht sein. Ey, wenn das ein Verhör werden soll, gehe ich gleich auf mein Zimmer. Ist es vielleicht, weil Papa und ich uns getrennt haben? Verheimlichst du mir irgendwas? Mir reicht's jetzt. Mareike spürt instinktiv, dass Lara ihr nicht die ganze Wahrheit sagt. Deswegen nutzt sie die Gunst der Stunde. Findest du was? Wühlst du in meinen Sachen rum? Ich weiß, um einfach nicht mehr zu helfen. Ich werde gucken, ob Süßigkeiten drin sind. Ja, und? Welche gefunden? Nein, aber ich mache mir einfach Sorgen. Erstens sorgst du dafür, dass Papa geht. Und dann du schmilzt in meine Sachen. Ey, ich will zum Papa. Es tut mir leid, ich weiß, das war gerade eben absoluter Mist. Lass uns mal darüber reden. Lass mich in Ruhe. Anwältin Katrin Rudloff hat von Laras Klassenkameraden erfahren, dass die 13-Jährige Streit mit ihrer besten Freundin Emma hat. Um herauszufinden, was dahinter steckt, sucht die Juristin das Gespräch mit der Schülerin und ihrer Mutter Veronika Treutlein. Ja, hallo Emma. Ich bin die Anwältin der Mutter von deiner Freundin Lara. Okay. Und ja, ich wollte mal wissen, vielen Dank, was ist denn zwischen euch beiden vorgefallen genau? Naja, wir haben uns gezofft. Das wusste ich ja gar nicht. Hier war doch immer so ein tolles Team. Also die Lara, die hat mich beklaut. Was hat sie dir denn geklaut? Geld. Als wir hier waren, hat sie mir 10 Euro aus dem Proponier genommen. Und was meinst du, warum sie das gemacht hat? Weiß ich nicht. Da wollte sie nichts zu sagen. Und seit mal momentan hat sie schon ziemlich große schulische Probleme. Gerade mit eurem Sportlehrer, oder? Ja, klar. Der Typ hat es voll auf sie abgesehen. Auch wenn wir nicht mal so befreundet sind, versuche ich immer, dass sie sich gegen ihn wehrt. Aber sie macht nichts. Also neulich bei einer Unterredung zwischen ihr, ihren Eltern, dem Direktor und dem Sportlehrer, hat sie diese ganze Sache irgendwie runtergespielt und hat gemeint, das sei alles gar nicht so schlimm mit dem Sportlehrer. Das kapiere ich nicht. Letztens in der Sporthalle hat sie nach voll geheult. Der hatte die übelsten Sprüche rausgehauen. Sie hat als Rollmops bezeichnet und so. Ja, und mal abgesehen von seinen Sprüchen gegenüber Lara, was hältst du denn so grundsätzlich von diesem Herrn Kontler? Ich mag den überhaupt nicht. Der tut immer so, als sei er der super Lehrer. Und wenn keiner guckt, dann macht er Lara fertig. Ich verstehe. Ja gut, Emma. Ja, vielen Dank. Du hast uns echt sehr geholfen. Und ich finde es auch toll, dass du sie trotzdem noch so unterstützt. Gut, dann, das war es auch schon. Frau Treutlein, ich verabschiede mich. Ich bringe sie zur Tür. Ja, das ist gut. Gut. Tschüss, Emma. Tschüss. Nachdem nun auch Emma alles bestätigt, habe ich keinen Zweifel mehr daran, dass Lara wirklich Angst hat. Sonst würde sie auch bei den Vorwürfen gegenüber ihrem Lehrer bleiben. Sie muss also unter enormem psychischen Druck stehen. Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, mal etwas mehr über Herrn Kontler in Erfahrung zu bringen.